damit herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen unboxing video wie ihr seht schon meine lieben freunde ich habe hier ballermann hits sind wir jetzt nicht party 2024 3 cd xxl fan edition jetzt seht ihr schon mal ein paar künstler die dabei sind hier haben wir über 25 songs mit richtig vielen hits das hier weg gescheuert sind hier bestreifen wir sehen wir es jetzt noch mal hier haben wir schon mal cd 1 das ist jetzt aufgeteilt hier haben wir cd 2, cd 3 das ist ein mini booklet auf regie hier haben wir die ganzen titel für cd für die cds mal schauen wir es hier sind ok eigentlich überhaupt der gleiche hintergrund und das war es auch schon mit diesem unboxing und bis zum nächsten mal ciao